Der Stadion Fankultur nicht zusammengefunden haben bei 1860 München Jetzt muss Daniel Birovka hin, aber das ist auch ein symbolisches Bild Wo sind denn die Symbolfiguren? Birovka, der trainiert die zweite Mannschaft Bernhard Winkler könnte man mitschicken, den Teammanager Das sind zwei, die noch für blaues Blut, für das alte 1860 stehen Man hat im Winter fünf Leute geholt Ich sag Ihnen wen, Boja, Ba, Amilton, Nubor, Gütkier Da sieht man sich nicht unbedingt wiedergegeben Oder repräsentiert als Fan mit einem portugiesischen Trainer Samt kompletten Trainerteam Birovka spricht Klartext Gut so Man muss sich das nicht gefallen lassen Dass hier jetzt der Spielbetrieb ruht Theoretisch ist die Chance noch da Jetzt wird Daniel Birovka mit Stangen beworfen Ein Skandal Jetzt ist Strategie gefragt Aber nicht im Mittelfeld, sondern hinterm Tor Mit welcher Taktik geht die Polizei es an Damit wir hier die letzten zehn Minuten sehen können Dann ist gewissermaßen auch hier fassungslos Dass es so weit kommt, kommen musste Schütten 60 hilft das sowieso, alles nichts mehr Und jetzt macht der Schluss Die Partie ist aus Jan Regensburg ist zweitligist 1860 München zum ersten Mal Seit 24 Jahren wieder Drittklassen Wir haben keine Lizenz für die dritte Liga Wir können aus rechtlichen Sicht Erreichtlichen Gründen jetzt nicht allzu besagen Wir können auch nicht genau sagen, wie es weitergeht Freigüsterrechte Medaillung führt mich vieler Scheißdorf zu sein, Scheißdorf zu sein Wir können uns verfolgen 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 Das Traditionsverein 1860 München Muss sich vorerst aus dem Profifußball verabschieden Ich kann nicht mehr Ich bin fertig Also es tut mir schon leid Ich bin ja auch hierher gekommen Damals, weil alles gestimmt hat Das war ja alles toll Wir sind ja ein Traditionsverein Und wir haben ja noch so viele Fans Die zu dem Verein stehen Wer hat den Verein kaputt gemacht? Wer hat das gemacht? Wir können uns verfolgen Ich bin ja auch hierher Entsame, wie es immer gut ist Ich bin ja auch hierher Ein Lopfer! Tor für 60! Der Löwe führt in Memmingel und was für ein toller Heber, 11. Minute! Eigentlich bin ich ja für das Verteidigen zuständig, das passiert nicht so oft und ich habe gesehen, dass das Tor weit vom Tor ist, ich habe es einfach probiert. An der Strafe, Tor! Tor für die Löwen! Helbrecht am Keeper vorbei und das Tor für 60! Kurve, ist jemand zu Hause? Dann kann es losgehen! Und gleich das 1 zu 1, der Torschütze ist Jan Mauersberger! Und wieder kommt bei Mauernberger und der Patsch legt 3 zu 1, Spiel gedreht! Helbrecht immer noch einen Ball besitzt, Helbrecht legt rüber zu Sascha Möllers und er macht das 3 zu 1! Alles klar! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das sah gar nicht gut aus für den 28-jährigen Rückkehrer. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.